Manchmal kann uns das, was in unserem Leben passiert ist, umwerfen. Es fühlt sich so an, als gäbe es im Leben keinen Sinn mehr oder als reißete jemand den Boden unter den Füßen weg. Egal, ob du gerade in einer herausfordernden Lebenssituation festhängst, du im Gefühlschaos versinkst, dich gerade jemand verlassen hat oder du schon so ziemlich alles versucht hast, um loszulassen. Fordert dich dieser Schmerz heraus? Stellst du dich oder sogar all das, wofür du gekämpft und geliebt hast, wofür du gesehen werden wolltest, in Frage? Bist du bereit für eine kleine Reise? Stell dir einmal für einen Moment vor, dass alles so gekommen ist, wie es sein sollte. Stell dir vor, dass du nicht länger kämpfen oder festhalten musst. Stell dir vor, dass du all das loslassen darfst, was dir nicht gut tut. Lass die Menschen los, die dir nicht gut tun. Fühl dich. Und jetzt, stell dir noch einmal vor, welche großartige Beziehung du damit zu dir selbst lieben und leben wirst. Und genau aus diesem Grund habe ich Heart Reset, das Geheimrezept zum Loslassen für dich kreiert. Es ist dein Update fürs Herz, um dich dabei zu unterstützen, dich wieder mit dir selbst zu verbinden. Und all das zu finden, was du bereits in dir hast. Starte jetzt neu. Lerne dich besser kennen und date dich selbst. Gib dir genau das, was du dir von einem anderen Menschen willst. Heart Reset Heart Reset Wähle jetzt dein Neustart. Heart Reset 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 Vielen Dank.